Lydia, bitte, du musst mir glauben, ich hab das nicht gewusst. Komm jetzt bloß nicht mit, ja, ich hab von nichts gewusst, Nummer. Und jetzt verschwinde. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich hab Adrian mit einem Darlehen ausgeholfen, aber dass er da mit Branden aber aufkauft... Er hat mich um Geld gebeten, um beruflich neu durchzustarten. Du leihst diesem Degen halt über eine Million Euro, ohne zu fragen wofür? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Für wie blöd hältst du mich.